Da kannst du nichts machen, dass der... Okay, ich glaube wir können rennen. Nein! Banane! Jetzt rennt! Ja, der hat auf mich gezielt! Rennt! Nö, ich geh mit der Bombe runter. Ja, ne, die geht gar nicht hoch. Ich hab nur gedacht, der hat heute nie von mir. Weiß Power. Arrush. Äh, brauchen wir noch ne Waffe? Nein. Bist du in der AK? Ja, ist nicht zu spät. Schon gekauft. Arrush. Öt! Über Abends oder über Mitte? Falsche Mitte. Naja, zwei falsche Mitte, drei falsche Mitte oder... Ja, ich geh, ich guck wieder Mitte und guck, ob ich die... Ich geh falsche Mitte. Ich geh falsche Mitte auch. Ich geh falsche Mitte auch. Ich geh durch der AK. Arrush. Oder wollen wir überall auf falsche Mitte und dann hoch auf... Mitte und hoch. Ja, ins Haus würd ich sagen. Ach, ins Haus. Da sind wir aber so... angraffbar. Okay. Oh Gott, der steht da einfach nur. Oh Gott, ja. Der steht auf Balkon, der Wichser, ey. Was? Was? 95! Ich hab den 95 gebracht! Ey, das ist doch so ein Witz! Ey, das hat mich... Einen Schuss hat er mich one-headed. Ja, klar. Okay, warte. Das war das erste Mal, dass ich gerade pre-fire einen... Von Apartments, glaube ich. Das hat nicht funktioniert. Oder? Oh. Oh Gott, auf dem Spot ist er, der defused, schnell! Alter, was macht denn der Lich? Lich, 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 Lich... Oh, was soll ich machen? Ich bin alleine. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Der Lich macht. Der regelt jetzt. Ah, der ist doch ab defused! Nice! Ach, schade, er hat noch ein bisschen Zeit rausgeholt, aber... Ja, reicht's nicht. Ja, reicht's nicht. Ja, reicht's nicht. Wenn man keinen defused-good hätte, würde's reichen für uns. Nein. Selbst wenn. Er hat keinen defused-good. Vielleicht trotzdem. Aber schade. Aber schade. Goddammit. Hättest du eigentlich auf dem Balkon, hat mich und Kevin sofort geholt. Das rückt mich jetzt gerade mir genau auf. Ey, dann lass das doch irgendwie so machen. Ich bin mit pre-fire um die Ecke gegangen. 95 hat er gefressen. Und er wollte die nämlich halt trotzdem. Was machen wir jetzt? Schlechter Witz war das. B? Ich geh nochmal durchs Haus. Ich hab ne Schotti gekauft. Ja, dann geh ich auch durchs Haus. Dann machen wir nochmal A. Ich geh mal schlecht, bleib mal bei dem Lich. Ja, genau. Hat er die Bombe deswegen. Ja, ich guck mal, ich guck mal auf den Bananengang. Ich guck mal, ob ich happy-go-lucky einen Typen krieg. Ja, ne Aave habe ich gefunden, auf dem Friedhof. Nice, Dity Boy. Nice, Dity Boy. Okay, Bananengang ist da nicht. Der hat eine Aave. Ich mein, der zieht doch ab. Der müsste die Flash doch mitkriegen, oder nicht? Matthias, hol dir den. Geh rauf. Alter, willst du mich verarschen, Alter? Ja. Aber der kann doch nicht mich nicht sehen, Alter. Doch, also wenn du den siehst, dann sieht der dich doch auch. Aber der hat mich ja nicht gesehen, am Ende. Was? Am besten gehst du bei A, wenn wir sofort volle Pullen einfach unten stehen bleiben, nicht abziehen. Wollte ich eigentlich, aber hab ich nicht geschafft. Ich muss die Tür. Du hast dich gedruckt vor ihm. Na gut, wir haben trotzdem jetzt, ne. Der Letzte, der da ist. Der wird garantiert CT kommen. Wollte gar nicht drüber diskutieren. Wie langsam, Alter. Und gegen sowas sterbe ich. Ey, das... Ey, ganz echt, das ist so peinlich, gegen sowas zu sterben. Können wir mal eine Waffe kaufen? Nee. Ich hab das selber fast nix mehr, aber... Here we go. Terroristen teilen ja alles. Mal wieder. Auch ihre 77 Jungfrauen im Weltraum, wollte ich sagen. Nee, erstens sind es 72 und zweitens ist es nicht. Jeder kriegt seine persönlichen 72. B oder was? Okay. A, einer ist drüber. Oh, B ist Bananana. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich werbe. Ich zieh bis zu meinem Tod hier die scheiß Mitte ab. Schaffst ihr das da drüben? Ja. Ah, einer kommt auf Fuchsbau. Ja, ja, ja. Okay, danke. Hab mit... Hab mit... Hab mit... Hab mit sehr viel Leben dafür bezahlt. Dabei ist tot. Da kommt noch einer. Da ist noch einer im Fuchsbau. What the fuck? Genau. Alter, ganz ehrlich, gehen einfach zurück auf A. Die sind alle im fucking Fuchsbau am stehen. Okay. Nein, da jetzt nicht... Der hat einen Shotgun gehabt. Also nicht durch den Fuchsbau gehen. Ich guck mal trotzdem... Wo, 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 wo? Wo ist der? Im Haus. Da um die Ecke. Ja. Ich hab gemessert. Oh fuck. Da oben oder was? Ja. Ey, ihr solltet den... Nein. Leiser doch. Oh Gott. Dass sowas funktioniert. Dass sowas funktioniert, äh... Da... Wo bin ich? Leute, wir müssen jetzt was machen, ey. Ja, dann... Ich geh zu A. Ich bin zu A. Messer in die Hand und los. Was? 87. Nice. Ohhhh. Krass, Alter. Warum... Warum verrickt ihr den nicht? Scheiße. Alter. Neeeein. Warum macht ihr den nicht? Warum... Warum... Ohhhh. Warum... Aber... Ey, ey. Das war aber doch ziemlich dumm, ne? Oh my god. Also da hätte er mindestens noch die zwei Sekunden warten können. Oh my god. Da hätte er noch mindestens... Wie dämlich das war. Äh... Alter, das war richtig dumm von dem CT. Der war einfach nur gierig. Ja? Der hätte einfach nur eine Sekunde warten müssen oder so und die Runde wäre zu Ende. Zwei Sekunden hat er noch gehabt. Der war gierig. Wie das heißt, die Runde war fast fast vorbei oder was? Ja? Das zwei Sekunden wäre die Runde vorbei gewesen und der CT springt den Typ in der A. Bevor die Fresse. Ich mein... Ja, kommt schon, ey. Das ist ne Eko, ne? Alter, der mich mit Eko. Ich hab zwei Leute im Bananen Gang. Mitte, Mitte, Mitte. Mit, mit, mit der Glock, Alter. Ja, eben. Wir sind alle in der fucking Mitte. Dann holst du's Mitte. Okay. Okay. Was? Kevin, niedriger Ziel. Ich hab Teamkill gemacht. Ohhhh. Sorry, man. Sorry, man. Ey, die haben eine Eko und wir schaffen das nicht. Das rücken jetzt gerade wieder voll auf. Sorry, man. Sorry, man. Really sorry. Pizza Margherita. Ja. Baust du wieder ein? Ich geh durch den Tunnel. Ich geh durch den Tunnel. Fuck, die aim nicht ab auf die Bomben. Sind die dumm? Die haben ne Glock, Alter. Naja. Komm, Mitte. Von hinten. Zauber. Warte. Noch eine, noch eine. Awe. Awe Mitte. 61 hat er gefressen. Gib den einfach ne Nate und fertig. Das käme dich jetzt irgendwo hin, wo er dich nicht sehen kann. Pssst. Mach Gefühl, ich mach's noch Gefühl. Hm. Vielleicht geht das durch Haus. Pssst. 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 Auch rechts gehört, ne? Du hast den Kopf getroffen. Du hast den Kopf getroffen. Du hast den Kopf getroffen. Pssst. Pssst. Oh nein. Das kann nicht sein, dass er dich da gezählt, dass er dich gerolt hat. Also du hast den Kopf getroffen. Pssst. Pssst. Du hast den Kopf getroffen. Pssst. Oh nein. Die haben ne Eko gehabt und du hattest nicht gekriegt. Oh nein. Du hättest einfach bleiben sollen ey. Weil die Granate werfen dann einfach da drin bleiben sollen. Ja. Er war da ja auch wieder gierig. Oh, aber ich fand's einfach so geil wie du hörst einfach was. Ping. Ja, man hört es als, oh Gott. Okay. This was awesome. Nee, das war nicht Dawson. Doch, das war ziemlich Dawson. Da wurde der Jan einfach gierig. Ja, ja, gierig. Aber gierig ist ja nicht Dawson. Dawson ist einfach nur wenn du einfach so schlecht spielst, dass es Dawson wird. Pfff. Au. Ach das war gar nicht euer. Äh. What the fuck? Warum? Ey, das kann ich seiner Sicht mit der Schatbahnen umgeschossen werden. What? Wow. Oh, okay. Okay. Motherfucker. Broder. Wilzer. Magarita. 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 Oh, man. Oh, man. Ich hab mal 7 HE gemacht. Okay. 3 HE's oder was? Ja, man. Oh. 2 HE's. Können die Lampe töten. Oh, mitte. Mitte Flash. Gernay's out. Noch eine Flash. Mitte. Ja, mitte. Mitte kommt raus. Nice, 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 nice. Push, push, push. Ja, klar. Gib mir one hit. Fucking Fotze. Wow, wo ist weiter denn, Alter? Bleib doch noch. Bleib doch noch. Ich komm von anderen Seite. Banane kommt. Zwei Stück. Ja, beide Banane. Beide Banane, Jungs. Was? Banane. Angry ess, die Bombe. Babay, die Bobe? Babay, die Bobe. Babay, die Bobby, die Bob. Babay, die Bob. Habay, die Bobe, die Bobe? Babay, die Bob. Babay, die Bob. Ab. Bisssch. Wie schön schleichen. Ach. Gut, dann hat nicht. Wie du die schleichst brauche ich auch nicht schleichen. Sie ist, wie fucking hard nicht drücken. Meintag, fucking, kloog. Wir, wieder mit einem Team, der... Halt nicht durch. Was für ein Duell das war. Wir sind fisslich. Hey, aber habt ihr das gesehen, wie der halt einfach mal 50 Kugeln ungefähr in deinem Chat... Der hat ja auch gedacht, warum stehen wir denn? Weil wir einfach stehen bleiben, weil beide merken, okay, wir treffen irgendwie nichts und wir stehen bleiben. Ja. Ja, ich mein, fuck it! Ey, weißt du, ich dachte, gut, dann sterbe ich halt. Aber ich will jetzt noch ein paar Kugeln rein drücken. Vergib mir mir wieder B. Ich geh auf A. 4H, A-Haus. Ich geh B. A-Haus. Mit der MP9 drauf A-Haus. Die dann blockt mich wie ne Frau A-Haus. Da-da-da-da-da-da-da-da-da... Oh Gott, nein! Oh, die war so schlecht geworden, die war so an der Spitze. O-B. Oh, gegen Russian. Ey, wie kann es sein? Der trifft sich gut so heftig. Ich hab die Bombe. Ey, das kann nicht sein, der trifft. Die Bombe ist Mitte. Aber Nico ist alleine. Ey, der Crushed Crunch, ey, der ist ja voll gespürt. Die müssen alle von Mitte kommen, die kommen alle mit dir zu. Wieso haben wir immer in den Gegend... Einer war noch im Haus. Einer war noch im Haus. Einer war noch im Haus. Alter, Nico. F ist einfach nicht trifft, ne? Der ist Bahn. Alter! Warum lebst du noch? Hallo! Grenade! Alter, Nico! Was denn? Was war das? Grenade! I'm a distraction! Oh my god! Wie du noch ein Kill ziehst, du Arsch, ey! Noch einer im Haus. Ja, die Bombe, ne? Ja, die Bombe ist geplantet, ne? Oh, B90. Wer kriegt da die B90? Mach da erstmal... Ace! Da war jemand! Ich weiß! Was? Gar nicht mal so schlecht. Mitte, Mitte, Mitte. Ja, ja. Kreis drauf. Nico kennt halt einfach durch und alle Kugeln fliegen an ihm vorbei. Mich trifft nichts, aber sorry. Fuck! Ey, da ist der Crunch, das ist so ein Hurensohn, ey. Da sollte ich die Mutter frickficken, die ihn geboren hat. Also seine eigene. Was geht denn ab mit dir, Matthias? Ich hasse sowas, ey. Wieso spielen wir mit solchen Spack-Coaster zusammen? Das ist so Match-Making-Scheiß. Das stimmt. Das ist so... Weißt du, gerade in der letzten Runde haben wir eigentlich die Leute voll weggepownt, da war einer drin, der macht einfach mal 41 Kills. Ja, Matthias, aber... Jetzt sind die halt mal die Leute, die uns wegpownt. Also... Aus dem so hart wären wir nicht weggepownt. Ja, ne, ich meine... Einer, Mann. Man steht nur 8-9. Wo sind sie? Feuerstands 4-0. Banane? Zwei sind Banane. Schreife in der Mitte an. Boah, das... Na, was macht ihr da? Nee, Mitte ist Scout. Mitte ist Scout. Arfe ist auf B. Ich gehe über CT. Arfe ist auf B mit Bombe. Also Leute, ihr könnt übers Haus vielleicht außen rumlaufen, über falsche Späte. Aber in der Richtung ist Fuchsbau. Fuchsbau. Fuchsbau ist einer. Mitte ist immer noch einer. Ich gehe über Fuchsbau. Fuchsbau ist einer, ne? Er ist frei. Nice. Die sind da aber auf jeden Fall. Jetzt kannst du die von hinten alle backstabben. Ja, los Matthias, schnell! Nice! Das war die Aave, ne? Noch einer! Nein! Immer dieser fucking Cruncher! Alter! Alter! Verrecke! Immer dieser Quatsch! Es ist ja so ein Witz! Kevin dreht durch, ey. Der Kevin kollabiert gleich. Es ist ja so alt mit! Ey, weißt du? Ich sehe halt immer, wie der Mann an der Wand verteilt werden. Wie ein Jackson Pollock Bild. Aber sie krepieren halt nicht. Come on, come on! Chop, chop! Da drehe ich halt einfach durch mit sowas. Da kollabiert der Kevin gleich. Ja, der ist ja dann einmal durchgesagt. Ich kollabiere gleich. Ich würde gerne mit ihrer Tochter schlafen. Uh, Rush! Und er kommt auch noch durch mit dem Scheiß, ey. Ich hasse mein Leben so hart. So hart. Mein Leben ist so fucking hart. Und er ist doch geflogen. Ja, dann rennt rauf! Liegt die bei mir schon? Nein, ey. Wie kann er mich denn sehen? Wir gehen auf, wir gehen auf... Einer hat das Spiel von denen verlassen. Zwei haben das Spiel von denen verlassen. Die sind drei Leute. Kann man mal machen bei 10 zu 8, ne? Ja. Ja. Ja, wir kommen in dem Name. 4 und go. Komm, wie gesagt, der zweite ist. Bist ihr beide auf einmal drauf. Einen Typ nur. Ich guck, CT, du gehst auf den Spot. Ja, go. Ich seh ihn nicht. Alter! Dunkle Ecke. So läuft jetzt weg ins andere Eck. Da, wo ich jetzt gestorben bin. Ah. Ah, fuck. Ich wollte ihn halt quickscoopen. Jetzt sind die wieder drin, oder? Ja, klar. Mhm. Ah, jetzt hab ich die Farben, Master. Das gibt's doch nicht. Scout. Geh auf B. Auch dabei, Scout. Geh auf B. Auch auf B. Mit Scout. Ja. Ich glaube, Scout. Auf B mit Scout, oder was? Und dann geht der auf B mit Scout. What the, what the fuck? Wo kommst du denn rum? Wo, wo, wo? Falsche Mitte. Das sind zwei. Falsche Mitte sind jetzt zwei. Die könnten die Laufung streichern mit CT. CT? Awe. Ja, genau. Der Matthias muss... Hinter dir. Hinter dir Matthias. Bitte. Ja, ich hab gedacht, hinter mir, hinter mir ist bei mir, aber wieder auf CT. Nein. Ja, ich dreh mich um. Hinter dir. Ich dreh mich um. Ja, nee, andersrum. Halt. Der denn hin. Mann, ey. Irgendwann. Oh, Gott. Hey, jetzt streng dich an, Alter. Jetzt reicht's. Ja. Jetzt reicht's mir. Jetzt hol ich die Awe und schießt den Kevin in den Kopf und sagt, geht's. Vor eins, keine Awe. Vor eins, keine Awe. Oh, ja. Okay, das ist der neue Song, ne? Von Kai Lohmüller. Vor eins, keine Awe. Vor eins, keine Awe. Keine Awe vor eins. Oh, Jan, ich weiß wieder, was ich gestern gesungen hab. Was denn? Ich steig aus dem Bett. Dreh die Awe auf. Und zieh an. Und sag Robert ab. Geflasht? Ich weiß, dass du geflasht. Ich kann sich geflasht hier in der Mitte. Oh, der ist fast drauf. Zurück, 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 zurück. Bei B oder was? Ja, bei B. Ich hab eine falsche Mitte. Richtige Mitte. Oh, ich brauch Hilfe. Warte, ich komm, ich komm. Da ist keiner mehr. Okay, du nicht, schnell weg. Ich steige wahrscheinlich auf B um. Ich geh mitte rein. Ey, nein, hinter mir, ey. Der ist direkt im Eck. Das ist jetzt so dumm, dass ich da von ihm gestorben bin, Alter. Der ist jetzt beim Heuwagen und geht jetzt in die Mitte rein. Ist nur noch einer. Da. Nico? Alter! Willst du mich verarschen? Der erste Schluss hätte ich, glaub ich, gesessen, aber du hast die Lateine getroffen. Echt? Oh, nee! Ey, 75 in sechs Treffern. Willst du mich verarschen? Schlimme war ich. Der war eine fucking Pistole, ey. Warum tötet er denn eine Pistole nicht? Ich habe einen Nade mit hier an Nico. Wow. Let's go! Steig auf. Geh die Nade auf. Geh den Splint. Oh, er hat auch eine Nade. Und sag. Wut up! Gott. Da liegt die Bombe hinten in der Ecke. Ich habe einen Molle. Fuck you! Scheiße! Haus! Haus! Die Bombe wird, glaub ich, verrecken am Feuer. Passt. Geh da weg! Die zielen da drauf. Äh... Matthias. Guck irgendwie, die zielen da jetzt aus der Mitte draus. Nice, boys. Nicht auf Banane. Geh mal über CT auf Banane. Wo brauchst du? Banane, kommt einer! Wo kommt da einer Banane, Matthias? Nein, Entschuldigung. Da wollte Banane gehen. Oh, T-Spawn. Nico magst du nach hinten gucken? T-Spawn. Matthias, guck du mal in falsche Mitte. Ruhig gerade. Ja. Wow, da ist er noch falsche Mitte. Autosniper? Ey, das ist der Crunch, dieser Fickskopf. Bitte. C-Spawn. Soll ich noch nach hinten? Den habe ich. Schon wieder die Laterne. Kevin, du hast ihn mit der Laterne getroffen. Ja, ich hasse die scheiß Laterne. Woah! Woah! Oh nein! Dem habe ich auch 87 gegeben. Pitweide. Ist die was wert? Hat das fucking Laterne, ey. Diese fucking Laterne. Die würd's auch noch lernen, du. AWP Pitweide war Niko. Ist die was wert? Hab ich schon mal erzählt, als ich aus dem Fernseher geguckt habe, da rief ein Borsoffener vorbei und hat sich gegen... Ja, das hast du schon erzählt. Das ist so lustig gewesen. Warte, warte, warte. Was ist passiert? Der ist gegen Laterne gestoßen und hat die Laterne verprügelt. Hallo. Der Kevin kann das gut verstehen. Das erlaubt sich die fucking Laterne auch. Ja. Bleibt jeder einfach stehen. Ja, und haut mich, hallo. Deploying Decoy. Ich glaube es ist hart. Sauber der Niko. Ey, ich verstehe es nicht. Aus, 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 aus. Ist jetzt durch, ja. Hinter dir. Oh nein. Fuck it, ey. Alter, fuck your crunch. Zwei, zwei haus. Ey, weil ich... Der und ich sind halt beide mit Prefire um die Ecke gerade. Ey, er hädert mich halt. Das ist halt. Der andere schleicht durch die Mitte, ey. Oh Gott. Tyka. 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 Wow. Wow, okay. Okay, so schlecht ist er. Ja, der andere war auch schon ziemlich am Arsch. Ich hab den... Der hat halt voll die Nate gefressen gerade. Gefressen oder die Nate? Gefressen oder die Nate? Gefressen oder die Nate? Ja, Matthias. Den dünnsten Schlitz versucht er, Jan zu finden. Alter. Und finden du den von Nico? Den dünnsten... Was? Alter, ich war am Trinken, du Arsch. Der Jan trifft nichts. Mh. 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 Komm schon, die Yeti Boys. E oder? B. Sicher? Ja, sonst hätte der Jan den ja wohl gesehen, oder? Nee, ist auf A. Was? Fuck. Ja, das piept auf A. Ja. Nice. Hat er, hat er. Hat er, hat er. Alter, ist er dumm? Alter! Defusing. Was geht mit ihm? Ich hab gedacht, der geht hin und ballert ihn zu mir. Ich hab gedacht, der hätte jetzt nur den Jan, ne? Das hätte ich gerade auch gedacht. Bis nix sonst. Ja, aber dann hätte er doch den Jan. Komm, komm. Na team, Geo. Ich hab' schon GG geschickt. Ich geh' auch wieder Apartments. Ich geh' auch wieder Apartments. Ich geh' auch wieder. Come on, komm. Ich geh' mit ins Snipern und du geh' da Snipern. Da Snipern? Wo ist denn da? Ja, da wo ich in die Mitte ist. Ich geh nicht ins Haus mit der Ahrwölge. Ich bleib jetzt mal so wie der Typ vorhin. Ich bleib einfach auf dem Balkon. Falsche Mitte. Nice boys. Hat der in der falschen Mitte ne schwelle Waffe gehabt. Haus! Hab den im Haus. Einer war im Fuchsbau. Du hast mich voll gerettet, Alter. Ich? Ja, ich hab 7 OP. Einer war Fuchsbau, Jungs. Bombe? Du schießt die ganze Zeit durch den Fuchsbau, der Vogel. Ich wollte grad abdrücken, ne? Ist der? Ist noch Fuchsbau, ja. Ja, dann lass mir die noch verrecken. Lass den da doch verhungern. Beide Ausgänge von den Fuchsbau. Wir kontrollieren. Kevin, Nico, Fuchsbau kontrollieren. Ja, der ist schon draus. Wie habt ihr das denn geschafft, dass der da raus kann? Weil keiner am Fuchsbau geguckt hat. Ich kenn jetzt hier. Warum nicht am Fuchsbau raus kann? Damit der gar nicht aus dem Ding rauskommen kann. Sorry. Leute, Leute, kommt doch jetzt hierher. Bei mir liegt die Bombe, die liegt unten im Haus. Ja, ich bin, ich guck, falsche Mitte. Ja, alles klar. Der andere guckt Tee. Ja, der soll nicht Tee gucken oder so? Psst. Nein, Matthias. Wird er schon zwei Leute gekillt? Mich und dich halt. Er hat sich halt die Awe gekrallt und gerammt. Und jetzt halt Bombe has been planted. Moment. Das schon. Warte, geh nicht raus, Matthias. Er hat bestimmt irgendwo die Awe und zielt ab. Kommt mir jetzt auch wieder eine Awe. Mein Link. Schwaa... Panat. Ich geh mal wieder mit Snipern, Nico. Ich geh wieder mit Nico. Wer Sniper mit nix, ne? Ja, wir werfen den Smoke. Aber noch nicht sofort. Faced erstmal ordentlich. Ja, zwei Arven. Nice. Ja, aber es kommt ja auch kein Support hier. Also drei Leute auf Banane. Matthias, geht zurück, geht zurück. Oh, okay. Ihr zieht immer zu spät runter, die... Ja, geil, Kevin. Der macht ja schon tot. Der warst Free Fire, Mann. Ah, ja. Wo ist denn die Bombe? Die wehen sie mir noch nicht. Ich frage... Ich frage ja bloß. Wenn wir sein können. Ich hab mir jetzt voll vorgestellt, dass ich wie der Vater von Sinnlos im Weltraum geredet habe. Warum geht er denn los, ey? Ja, der hat nur guckt. Der guckt nur. Okay. Ich anfassen. Ähm, Mitte, Mitte. Bitte, bitte. Kann mir helfen, Kevin? Äh, ja. Die kommen in die Mitte und werden jetzt wahrscheinlich entweder auf Apartments gehen oder zu mir. Also im Haus liegt die Bombe. Die Ava hat sich verschoben. Das war der, das war der. Ich hab einen in der Mitte. Das war der, das war der. Ava hat sich verschoben. Ah, ja. Ich geh ins Haus und vom mir die... Matthias, links unten liegt die Bombe. Da kann sein... Geh, Kevin, geh vom Balkon und guck auf Mitte. Da ist eine Ava. Ich guck auf Mitte. Das kommt auf Mitte. Ich mein jetzt, Matthias kommt halt von... Oder halt falsch. Hab ich, hab ich doch. Wenn wir von hinten kommen können, Jan. Von hinten kommen, ne. Wie wohl gehen? 1, 2... 1... Die Counter-Terrorist-Wade-Bomb-Has-Been-Plant. Ist der zweite noch? Nein! Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist es halt abgelaufen. Counter-Terrorist-Bombs-Has-Been-Plant. Das ist schon irgendwie geil. Ich geh mal B. Okay. So, Gun-Win. Bin? Jetzt. Nix! Nix? Nix! Fisch mich wieder auf, bitte. Nee, da ist eine AK auf T-Spawn mit Bombe. Die sind, glaube ich, wieder im Haus. Die machen wieder diese eine Russen-Taktik gern. Die Russen-Taktik? Was ist die Russen-Taktik? Die fünf in diesem komischen einen Haus da rumhängen. Okay. Oh ja, Nico, ich werfe mal eine Flash da runter. Ja, mach mal. Weiß noch. War aber nix. Die sind noch in dem anderen Haus wahrscheinlich. Warte, pscht, pscht. Ja, die sind in dem Haus da rechts. Also in dem T-Haus. Da ist einer. Ich habe zwei an der falschen Mittel. Ich bin hier am Fuchsbau. Haus war einer. Alter, Jan! Er schreck mich nicht so. Komm, belegt. Ah, der ist Haus. Zwei Stück Papst. Jan, ich guck auf Balkon. Guck du auf den aufgang. Ja. Die stehen jetzt an der Treppe und gucken. Die gehen jetzt wieder in die Mitte. Alter! Falsche Mitte gehen die wieder. Ja, falsche Mitte geht der Kartelltyp. Die Crunch. Jawoll. Der Crunch war falsche Mitte geht auf deine Mama. Du guckst noch dahin, ne? Hunger. Zu. Wenn er schnell ist, kann er auch hier längs gehen. Oh. Wenn er gut ist. Das ist der Crunch. Das können gar nicht mal so schlecht. 38 Kills, ey. Warte, warte, guck bald aufs Balkon. Okay. Bitte. Da ist er. Nice. Ey, aber Jan, das war gerade eben Präzisionsarbeit, ne? Du hast so in den Führrahmen zwei Millimeter neben meinem Kopf geschossen. Okay, letzte Runde. Was wir holen jetzt? Vorletzte. Jan, kaufst du mir was? Ich kann auch was kaufen. Was Spaßiges und Spannung. Was zu spielen. Und Schokolade. Ich will nicht allein auf A, B. Äh, ja, dann geh du noch auf B. Äh, der, 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 Lich. 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 Ja, die kommen B. Ja, die kommen über CT auf B. Über CT auf B? Ja, geil. Matthias, geh mal vor, ich hab ne Awe. Geh in die Kirche. Alle da. Alle da. Alle da. Das war die Bombe. Das war die Bombe. Das war die Bombe. Letzter Kirche. Was, Kirche? Kirche. Aber Matthias, das haben wir ja gut gemacht, ne? Wir haben so einen richtigen Buddy High Five. Wo bist du? Buddy. Ja. High Five. Warte, ich koch schon schnell. Ich geh wieder B. Warte, ich koch schon schnell. Das war, glaube ich, der längste High Five, den ich jemals... Ich bin hier, drei, zwei, eins. Ich bin hier, drei, zwei, eins. Schönes Ding. Geht er weg, geht er weg. 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 Der war links. Kommt von hinten? CT. Nice. Gemessert? Ja. Noch einer CT. Okay. Noch einer, ja, zwei müssen noch irgendwo sein. Noch einer CT, ja. Oh, Crunch ist noch im Leben, fuck wie. Äh, wo liegt denn die Bombe hier? Hier. CT kommt da. Nice. War nicht der Crunch? Der letzte, wo ist der? Dann ist er noch einer CT. Das ist der letzte. Alter. Ey, ganz ehrlich, den lass ich jetzt herkommen. Ich gucke, ich gucke auf Mitte. Ja, einer sollte dann Kirche gucken. Wieso guckst du auf Mitte? Bombe liegt doch in der Banane, man. Ja, aber dann... Werf, Granate, Matthias. Alles, was du hast. Einfach alles raus. Du willst doch die Smoke. Hab ich, aber will ich nicht. Warum nicht? Letzte Runde. Geht ja nichts. Ich guck mal, falls er irgendwie jetzt nochmal ganz außenrum rennt. Äh. Eben. Was ist denn jetzt so runter? Eigentlich sollte er jetzt mal rennen. Oh? Kommt. Kommt, ja. Ne, noch nicht. Er hat die Flash von Spot geworfen. Heiß. Ich hab einen Schuss gemacht, Alter. Schönes Ding. Schön. Jan hat Geld. Ja, gut. Ein Euro irgendwas, ne? Ich hab noch nie so ne scheiß Chroma-Kiste gekriegt. Das muss auch gut sein. So wie Jan, der letzte. Pizza Tortellini. Ey, 27 zu 17. Warum hab ich weniger Puckter als ich? Pizza Tortellini. Ja. Schmeckt mir schon wohl. Ey Nico, du bist sechsmal öfter gestorben als ich. Warum bist du... Reviews und du bist der Mann. Jo.